Ein Bärenlager, ja. Na gut, ein Grizzlybären töten ist auch keine schlechte Idee. Hallo, Bären, wo seid ihr? Wie und die Bärenlager. Manche für den Stuttgart. Die Stuttgart hat sich einfach nur den Stuttgart. Sie hat sich einen Wälder zu sehen. Ich bin auch in der Stuttgart. Ich bin nur der Stuttgart. Sie hat sich immer einen Stuttgart, weil Sie die Stuttgart nicht. Sie haben sich immer einen Stuttgart. So, die Stadt ist uns hoffentlich noch freundlich gesonnen. Ja, also neutral natürlich. Wie gesagt, ihr haltet euch mal etwas zurück. Ja! Krackt auf die Fäden bitte ein. Krackt auf die Fäden. Krackt auf die Fäden. Krackt auf die Fäden. Einen Trupp Milizen, einen Trupp Jäger anheuern. Ihr bewegt euch endlich mal da weg. Und die reden sogar nicht mal meine menschlichen einheiten finde ich interessant So jetzt heißt das alles was wir da haben aufsammeln So was habt ihr noch aufgesucht? Das wird interessant das alles wieder einzusammeln ich hoffe wir kommen noch an alles ran Das wir den ganzen Schmarrn verkaufen können Ja das wird lustig Verkaufen und abgeben Ihr habt sie gefunden mit diesen Werkzeugen werde ich der beste Schmarrn im ganzen Imperium sein Ich hatte euch eine Belohnung versprochen Das ist gelogen Vielleicht könnt die Imperialen wachen Außer Schenkiger die Angelegenheit Haltet die Diebe Come on folks Agreed Come on folks Find ich interessant Aber wenigstens ist der Typ nicht davon gekommen Man kann den Menschen einfach nicht trauen Aha So Feuerbeischriftrolle und Gegengift und Nahrung und Häuser können wir mal verkaufen Weg 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 Nahrung weg Gegengift weg Ach das Ding kann auch weg Holz brauchen wir auch nicht Wir wissen Schriftrolle nehmen wir gerne Die füllen wir erst mal wieder auf Die füllen wir erst mal wieder auf Die füllen wir erst mal wieder auf So Nahrung kann weg Der Panzer kann weg Der Panzer kann weg Hoffe ich mal dass er weg konnte So Nahrungholz weg Aha Aha What Come on folks Titanschwert Holzschild Energiering Tal der Großkrieger Ich weiß auch eine der Städte brauchte Hilfe beim Wachsen Weiß noch nicht mehr ob das halt Druckhoff war Also die brauchten Steine Agreed Da war es Holz Aber wie war das Holzschild brauchen sie In a minute In a minute In a minute Come on folks In a minute Ha Aha At your service Alright Wissens Schriftrolle Wissens Schriftrolle Ist mehr erfahrt für mich Ist mehr erfahrt für mich Aha In a minute In a minute Agreed Come on folks Well Ha Come on folks In a minute Aha Titanschwert In a minute Aha Titanschwert Holzschild Here we are In a minute Come on folks Come on folks Come on folks Come on folks At your service In a minute 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 Flupflup das erstmal darüber Das kann hier hin Dann könnt ihr das ausrüsten Come on folks Wobei die Nahrung können wir verkaufen In a minute In a minute In a minute In a minute Huh Uh huh Agreed Aha Aha Come on folks Noch mehr Zeug zum einsammeln Alright As you wish Aha Aha Und da sind wir schon wieder voll Huh Jedenfalls mit denen In a minute In a minute In a minute In a minute Agreed Aha Aha Come on folks Aha Und ja An die Hälfte des Zeugs kommen wir nicht mehr ran Weil es da hinten liegt Aha In a minute In a minute Das ist kacke In a minute At your service Huh Come on folks Aha He Agreed Also ja Zum Beispiel der Mana Trank Okay Der Dämonen tötern Den würden wir noch rankommen Den Orkstein den weiß ich haben wir auf jeden Fall von der letzten Mission I Zu Helven Die 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 Deine So, die brauchen 200 Holz zum Wachsen. Dann gehen wir noch mal raus. Gehen rein, geben ihnen das Holz. Gehen rein, geben ihnen das Holz.